Ja, ja. Es war jetzt hier schön im Zoo. Ja, so viele Tiere haben wir gesehen. Ja, es war toll. Es hat dir auch gefallen, Kevin. Ja, ja. Es ist ein bisschen bleich. Was machst du heute noch? Ja, ich muss noch ein neues Geschäft. Ich muss doch noch einen Sketch ausdrücken für später. Wahrscheinlich haben wir doch erst gemacht. Oh ja, macht Sinn, ja. Du? Oh nein, ich muss nach Hause. Wir haben doch noch Maskerball mit den Girls zusammen. Ich weiss doch gar nicht, was anziehen. Hast du eine Idee? Ja, ich will einfach oben ohne. Sie sehen alle wie Buse. Ja, dann gehst du halt unten ohne. Nein, dann kennt mich jeder. Ja, ja. Jetzt werden wir auf den Bus warten. Ja, ja. Jetzt werden wir auf den Bus warten. Dann kommen wir nach Hause. Wenn dann der Bus kommt. Ja, wenn der Bus kommt. Ja, ja, der kommt dann ein bisschen langsam. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir müssen vorne einsteigen. Grüezi Jungs, Fraulein. Grüezi Herr Busfahrer. Boah, ist das ein hässlicher Vogel? Hey, hey, hey. Nein! Also… Alles rein? Ja ja! Jetzt sind wir an der nächsten Haltenstelle, oder? Ja ja, da kommen dann wieder Leute ein und aussteigen. Ja ja... Da warten wir bis die kommen. Aber wir halten uns noch. Grüezi, Jungs Fräulein. Grüezi. Was ist denn mit denen los? Ja, jetzt bin ich da in der Busse eingestiegen. Ideen? Ja. Wollen Sie noch einen Enkel? Nein, meine ist die Hände. Aha! Ja, und dann bin ich da eingestiegen und beleidigte einfach mein Kind da, den Buschauffeur. Den Busführer? Ja, ja. Wissen Sie was? Jetzt gehen Sie führern und dann sägen Sie dem meinig. Und ich pass so lange auf Ihren Nachfuhr. Ja! 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 Ja!